Erst die Dreisieger, Vögel im Unterastakt 2 gegen die Konkordia, Vögel, Aufschlag, Anselm, Kislinger und Schwarz, Franz, Hirscher-Hotz. Vielen Dank. Und das war der Satzausgleich, 2 zu 2. Der fünfte Satz muss man wieder in die Entscheidung bringen. Und den schauen wir uns dann natürlich im nächsten Video an, auf YouTube, Talk with me 13. Auch unter der Playlist des CFRM im Taskbar.